Exportmotivation, Netzwerken, Beratung, Unterstützung oder auch mehr Geschäfte im Ausland. Unter dem Titel Die Welt zu Gast in Tirol findet dieses Jahr zum elften Mal der Exporttag Tirol am 28. Juni 2016 in der Wirtschaftskammer in Innsbruck statt. Zahlreiche Exportdienstleister und 23 österreichische Wirtschaftsdelegierte aus der ganzen Welt stehen für Einzelgespräche zur Verfügung. Egal ob Neuexporteur oder Exportprofi, profitieren Sie vom vielfältigen Informations- und Beratungsangebot. Online Anmeldung unter wko.at slash Tirol slash Exporttag